Wie funktioniert der Dreisatz? Das will ich dir in diesem Video an drei einfachen Beispielen erklären. Voraussetzung dafür, dass ich den Dreisatz anlegen kann, ist allerdings, dass die Zuordnung proportional ist. Und was bedeutet das? Und es bedeutet, wenn sich die eine Größe verdoppelt, verdoppelt sich auch die andere Größe. Verzehnfacht sich die eine, verzehnfacht sich die andere. Das bedeutet, wenn ich mal zwei, drei Beispiele kurz durchgehe. Beispiel Nummer eins wäre eben das Tanken, Benzin und Preis. Das heißt, wenn ich doppelt so viel tanke, muss ich auch doppelt so viel bezahlen. Wenn ich zehnmal so viel tanke, muss ich zehnmal so viel bezahlen. Oder Volumen und Gewicht. Wenn ich etwa zwei Liter Wasser habe, dann wiegen die doppelt so viel wie ein Liter Wasser. Und zehn Liter Wasser wiegen zehnmal so viel wie ein Liter Wasser. Aber nicht proportional wird vor der Zusammenhang bei einer Taxifahrt der Zusammenhang zwischen der Distanz, die zurückgelegt worden ist, und dem zugehörigen Preis. Denn am Anfang muss ich erstmal so eine gewisse Startgebühr zahlen. Die liegt vielleicht so ungefähr bei 3,50 Euro. Am Anfang läuft das Taxamet auch schnell mit, aber es wird dann immer langsamer. Auf jeden Fall nicht proportional. Das heißt nicht doppelte Strecke, doppelter Preis. Sondern es ist ein bisschen anders. Gut, setzen wir jetzt also voraus, dass wir eine proportionale Zuordnung haben, und schauen uns die erste Aufgabe an. Dazu habe ich mir Folgendes rausgesucht. Das Produkt im Restaurant kosten drei Gläser Cola 8,40 Euro. Was kosten? Fünf Gläser Cola. Und dann kann man das Ganze ein bisschen verkürzt so hinschreiben. Drei. Und dann kommt so ein komisches Zeichen. Das ist dieses Gleichheitszeichen mit dem Dach drauf. Das heißt entspricht. Denn drei ist ja nicht das gleiche wie 8,40 Euro. Aber drei Gläser entsprechen 8,40 Euro. Und jetzt muss ich irgendwie von drei auf fünf kommen. Und das geht immer um mich. Ich rechne zuerst, was kostet ein Glas Cola. Und wie komme ich von drei auf eins? Naja, klar. Indem ich das Ganze durch drei teile. Und das, was ich auf der linken Seite mache, muss ich auch auf der rechten Seite auch machen. Das heißt, wenn ich auf der linken Seite durch drei geteilt habe, muss ich auf der rechten Seite auch durch drei teilen. Und dann komme ich auf ein Glas Cola. Entspricht 2,80 Euro. Dann will ich weiter auf die fünf Gläser. Und dazu muss ich jetzt das Ganze verfünffachen auf der linken Seite. Und mache das auf der rechten Seite auch. Und dann kriege ich heraus, fünf Gläser Cola entsprechen 14 Euro. Und die Aufgabe ist gelöst. Ja, warum nennt man das Ganze Dreisatz? Früher hat man tatsächlich drei Sätze sogar eingeschrieben für diese Dreigleichung. Drei Gläser Cola kosten 8,40 Euro. Ein Glas Cola kostet 2,80 Euro. Fünf Gläser Cola kosten 14 Euro. Drei Sätze. Ganz einfach. Schauen wir uns ein zweites, etwas komplizierteres Beispiel an. 250 Gramm Hackfleisch kosten 5,50 Euro. Was kosten? 400 Gramm. Ich schreibe zuerst wieder die Gleichung hin. Also 250 Gramm entsprechen 5,50 Euro. Und wenn ich jetzt ganz nach dem Schema oben vorgehen würde, würde ich jetzt erst auf 1 Gramm runterrechnen. Dazu müsste ich durch 250 teilen. Und das ist bei 5,50 Euro wirklich nicht gut. Da kommen blöde Zahlen raus. Ich muss aber gar nicht bis 1 runtergehen. Das reicht zum Beispiel bis ich auf 50 Gramm untergehe. Denn von da aus kann ich prima auf 400 Gramm wieder hochrechnen. Das heißt ich gehe von 250 Gramm auf 50 Gramm. Das klappt indem ich durch 5 teile. Was ich links mache, muss ich auch rechts machen. Teile ich 5,50 Euro durch 5 und komme auf 50 Gramm entsprechend 1,10 Euro. Und mit mal 8 komme ich dann von den 50 Gramm zu den 400 Gramm. Und wieder was ich links mache, muss ich auch rechts machen. Also dort auch mal 8. Und ich habe die Aufgabe gelöst. 400 Gramm entsprechen 8,80 Euro. Drittes und letztes Beispiel. 100 Erdnüsse wiegen 120 Gramm. Wie viele Nüsse sind in einer 300 Gramm Tüte enthalten? Kurz dazu eine Randbemerkung. Das sind ausgedachte Zahlen. Ich habe keine Ahnung ob das stimmt. Kam mir ungefähr richtig vor. Müsstet ihr mal nachmessen. Also wieder der gleiche Ansatz. 100 entsprechen 120 Gramm. Aber hier ist jetzt etwas anders. Ich möchte nicht auf eine bestimmte Anzahl Nüsse, sondern ich möchte auf eine bestimmte Grammmenge. Das heißt ich möchte eigentlich von 120 Gramm auf 300 Gramm. Das heißt ich muss jetzt an der rechten Seite überlegen. Wie komme ich von da nach da? Und in diesem Fall ist das Rechnen auf 1 runter wirklich eine Katastrophe. Und auch das mit dem Teilen irgendwie so ganz richtig toll ist es nicht. Aber ich kann auch zuerst multiplizieren und dann teilen. Das heißt ich kann zum Beispiel erst rechnen mal 10. Dann bin ich bei 1200 Gramm. Und danach rechnen wird geteilt durch 4. Und dann komme ich auf die 300 Gramm. Und jetzt geht andersrum. Was rechts gemacht wird, wird auch links gemacht. Also 100 auch mal 10 und dann geteilt durch 4. 100 mal 10 das sind 1000. Und 1000 geteilt durch 4 sind 250. Also in der Tüte müssten etwa 250 Nüsse sein. Ja und so funktioniert es. Ihr seht es ist nicht weiter schwer. Kein Hexenwerk. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Übungen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. ventures. mate5 Because